Dieses Jahr, wir haben ein Jahr des Drachen. Ist gutes Jahr für Glück und Wohlstand. Gut für Geschäft. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen? Ich habe versucht, dich zu erreichen, mehrmals. Warum? Ist irgendwas? Das ist mein Krebs, Thomas. Seit acht Jahren dreht sich alles nur um deinen Krebs. Glaubst du wirklich, dass es so spurlos an mir vorbeigegangen ist? Deine Angst macht mir Angst. Wer muss auf dich verlassen? Du hast dich ja mehr um deine kleine vietmonesische Hure gekümmert, als um die Belange der Firmen. Wer ist das? Wer ist das? Did you fuck him? Did you fuck him? Michael Thomas schickt dich seine Nachhause. Kauf hier ein Ticket. Echtig. Stimmt so. Du bist... Du bist ein Ticket. Du bist eine Ticket. Untertitelung. BR 2018